Meine Friends, wir haben jetzt ein Ticket und gehen jetzt rein. So, jetzt mach das wie dein kleiner Bruder und mach 20.000 Mal rein, bevor du reingehst. Jetzt mach ich das mal kurz. Halt rum! Ups! Ey, jetzt komm! So, ich brauch wieder für diesen Part wieder einen Shiny, also, come on, mach hin! Mach hin jetzt hier! So wie es aussieht, krieg ich jeden Part einen Shiny. Das ist es zumindest immer gewesen. Kostenlos oder was? Geil. Was? Hier gibt es nur so. Ja, stand sogar da dran. Haben wir doch beim letzten Mal schon gesehen, das Free-WLAN... Warte, mal gucken, ob es funktioniert bei mir. Ich vertraue so einem WLAN nicht. Hast du, habe ich ja bei dem Oranienburger WLAN gesehen. Gespeichert. Müsste da unten. Verbinden. Ich packe mein Ticket lieber in die Tasche. Ich fahre mich an meine Zelda-Tasche dabei. Ey, und jetzt funktioniert es bei mir. Das wäre geil. Ja, funktionieren wird es ja nur bei mir nicht. Mit sicher nicht. Also, ich bin bestimmt bei... Ja, aber ich will es nicht riskieren. Ich habe keinen Bock. Ich werde es ja gleich wieder funktionieren. Und wenn nicht, mache ich natürlich... Funktionieren wird es trotzdem. Ich weiß, es ist ja klar, dass es funktionieren wird, aber... Ich will es trotzdem nicht. Funktionieren wird es eh. Ich habe mich jetzt auch da drin registriert und alles. Ich habe mich jetzt auch da drin registriert und alles. Eigentlich klappt es. Funktioniert. Das war klar. Jedenfalls verbindet. Er ist gerade schon ein Stück weiter als vorher. Da hängt er ab und zu mal so... Ich wiederhole mich nicht. Ich weiß schon, was ich dazu sage. Habe die Tag. Ich will Wolti lang. Verdammt nochmal. Habe die Tag. Ich will Wolti lang. Verdammt nochmal. Ich bin nicht für Sandarn hergekommen, ich bin für Wolti lang. Sandarn hergekommen. Was tut das? Ja. Aber da kommen jetzt noch vorne die Pokestops. Alle jetzt... Müsstest gleich... Wolti lang. Aua! Sand am hergegeben. Und da ist ein Sengo. Schon wieder. Das ist jetzt schon mein fünftes Sengo... Fünftes oder sechstes Sengo. Hat aber nur 500 WP. Mein stärkest hatte fast 2000. Die jetzt wachs. Das ist jetzt nicht so... Das wäre an du. Ähm... Guck hin. Ne, guck hin. Guck hin. Guck hin. Guck hin, ja. Guck hin. Guck hin. Okay. Gehen wir weiter kurz? Hm? Gleich? So. Ach, den ganzen Tag sind einfach mal schon... Hm? Hm? Ja, aber... Ist ein Park halt. Ja, und dadurch ist es ja auch ein bisschen ruhiger an sich... Ja, als in der Stadt. Da hatten wir auch immer nicht gedacht, dass man umgerannt wird. Ja, umgerannt wird es ja jetzt auch nicht, aber... Ist einfach ruhiger. Andere Riff kann ich ja voll gebrauchen, ne? So gar nicht. Das könnte es sogar entwickeln. Weil es gut ist. So muss ich mal so kurz ein bisschen Platz... Oh, dankeschön für diesen schönen Schatten, den ihr mir spendet. Muss ein bisschen wieder Platz schaffen. Obwohl ich noch Platz habe, aber trotzdem mache ich es mal. Ach, so viele habe ich inzwischen gar nicht mehr gefangen. So. 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 Jetzt muss ich fünf oder vier Stück haben. Vier Stück. Ich hab schon ordentlich für Level 31 gefarmt. Ich bin nur noch... so 11.000 so... ne... 110.000... ach du Scheiße. Ich habe es im Übrigen bei Sichler als Kumpel gemacht. Ja, wegen Bonbons. So, ich würde sagen, wir können weiter, weil alle bereit sind. Ich guck mal kurz nicht, ich hab ich gesagt... Da werde ich gleich immer wieder rausfallen. Ähm... Achso, ja? Ich glaube, ich gucke gleich mal kurz nach in die Farbe. Ich bin nicht mehr raus, ich weiß nicht mehr, da mache ich vielleicht mal rum. Achso, ich bin nicht mehr drin. Ich habe schon 5 Minuten. Ich bin nicht mehr drin. Cheg mal kurz nach in die Farbe zu sehen. dass ich nicht mehr so weit auf die Farbe in die Farbe in die Farbe zu sehen habe. Ich muss mich wieder rauskennen, auf einmal aus ... In der Farbe bin ich habe. Schon nicht mehr so weit auf die Farbe die Farbe zu sehen. Ich würde mich nicht mehr zum Problem. Ich bin noch da oben. Wunderschön. Oh, das ist ja viel darauf, was ich da. Oh mein Gott. Ich kann nicht schreiben, ich habe Voltilamm Voltolamm geschrieben. Warte, ich will noch kurz shiny Ampharos entwickeln, pass es zu, shiny Ampharos. Aber das lohnt sich bei dem Ding nicht, ich habe so wenig. Und da kann ich so eine Wichter. Hui. Shiny Vati. Shiny Vati will ich auch noch behalten. Die zweiteste Voltilamm werde ich auf jeden Fall zu Vati, shiny Vati lassen. Genauso wie bei dieser Samen, dieser Knast. Er hat eigentlich dieser Bahn. Oder? Ja. Hui. Ja, wie ich sagte. So, shiny Apfaros. Wie sieht das aus? Neues. Warte, wie soll ich sagen? Was geht ab? So, jetzt gehen wir aber gleich weiter. Ja. Ja. Das haben wir noch rumgesessen. Und heute sind wir schon glücklich mit meinem Bruder zurück. Also brauchen wir uns keine Sorgen machen von dem, dass er wieder hüpft. Ja. 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 Das tue ich jetzt aber. Ja. Ist du überhaupt ready? Ja. Gut. Also ich meine jetzt Weg nach. Ist das sicher aus? ist sommer passt es ist warm so es ist sehr warm an volti lang ich habe besseres zu tun es ist Das war's für heute. Ich hab das stärkste Rampen, das stärkste Voltilampen, soll ich dir sagen, wie für WP? Nein. Ich bin jetzt gerade beschäftigt. Ich bin crank. Ich hab das aber auch nicht geschafft parce, weil ich keine Weiteren sehe. Es ist auch nieig. Und wenn ich einen Kumpel habe. Ich bin noch nicht mehr, aber ich habe es nicht mehr. Ich habe noch Zeit gegeben. Ich hab noch nicht mehr, ich hab noch nicht mehr vertreten. Ich bin meistens die ganze Zeit dunkel, weil die Sonne von hinten scheint, da sieht man mich nicht. Gehen wir weiter? Ja, weiter. Ich sag's mal so, ich beende den Park nicht vorher, ehe ich einen Shiny in den Park gefangen habe. Mindestens eins. Vorher beende ich den Park nicht. Ich hab's nicht mehr. Hm. Was? Hm. 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 Nee. Jetzt nicht. Was war der noch eine? Nock-Chang. Nock-Chang? aber nur 800 nur noch einfach und dann habe ich die goldmedaille aber langsam müsste man dir aber auch ein shiny auftauchen oder hast du noch nicht das update runtergeladen es gab ein update gestern wo die scheinlich sind zugefügt wurden musste gucken ob das überhaupt runtergeladen ist vielleicht kaum und deshalb keine scheinlich bei dir auf ich kann letztens rein das update war nicht installiert ja ich muss das update noch extra nach installieren funktioniert war nicht so richtig großes update aber ja scheinen hier auf jeden fall wahrscheinlich weiter damit zu schütteln das für dieses event schon wichtig ich reche aber nicht vom teufel ich spreche von volti langen mir brennt auch die ganze zeit die sonne auf den hals und rücken überdurchschnittlichen nicht aus jetzt at 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 War es überhaupt installiert? War es bei Wegner installiert? Wäre zumindest eine Erklärung, warum wir ihm keine Shining spawnen. Glumanda. Ich brauche noch Glumandas, um mir Flieger zu entwickeln. Das wäre dann heute vielleicht mein drittes, mein letzter. Deswegen, ich brauche nur noch eins. Ich vermute mal, so viele werden wir nicht. Mir fällt gerade auf, irgendwie spawnen sie keinen Gekkabor. Hm? Stimmt. Gekkabor ist ja nicht 1. Gen, oder? Nee, das ist 3. Warte. Hm. Ob der Wegner fertig ist, oder kannst du es noch im Gegenden gucken? Was machst du denn überhaupt? Was kannst du eigentlich schaffen, Leute? Also, du suchst nach Pokémon Go, oder? Ich glaube, ich kann meine App dabei sein. Du musst einfach bei Google Play reingucken und... Ja, ich doch. Mal gucken, ob da Aktualisieren steht. Schau mal. Ja, ich dachte erst nicht. Hm. Kein Bock. Ach, du wirst dich denn noch heute ein oder zwei Scheine fangen. Na komm. Wie gesagt, wenn das sich installiert hat, dann wäre das erklärlich, warum bei ihm nichts bohrend. Okay. Ja. Und wenn das ein Zuman da braucht, dann wäre keine Sandanade. Ja. Obwohl ich langsam sogar wirklich enttäuscht bin von dem Park. Hier ist kaum was. Der Schatz war wirklich Meer. Ja, doch. Wir bleiben noch dran. Ja, wir bleiben noch ein bisschen, damit sich das Geld gelohnt hat. Da ist ein Voltilamm. Was, da ist ein Voltilamm? Ja. Ist ja krass. Gibt's ja hier mehr als genug. Nee, Leute, ich sag's euch. Ich beende den Park nicht, ehe ich hier in diesem Park einen Shiny bekommen habe. Uuuuuh. Und das wird ja, als würde ich den Rest des Kals lang. Das wär schon heftig. Na, aber wie so, Samen kann ne Weile später dann auch nix mehr. Oh, wir sind gar nicht richtig. Oh, da ist es. Naja, das ist Shiny. Oh, da ist es. Na ja, das ist Shiny. Na ja, das ist Shiny. Na dann ist es Update in Sillit. Dann ist es schon mal zu gut. Nach dem Check, ob das Update installiert war. Mit der Klöckung ist jetzt aber nicht mehr. Hier ist ein Krieger. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Bisher, serierter Stand Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Oh ja, das ist ein Onyx Ja, da wollen wir jetzt hin Ah ja, okay, da zuerst Onyx ist wichtiger Ja! Untertitelung. BR 2018 Oh, das ist auch nix. Oh, das ist ein Fahrrad noch. Wie fühlt denn das bei mir, die Sonntagel ab? Ja, erst fungst du jetzt einmal frei und dann schmierst du die ganze Zeit bei dir auf. Alles klar. So, ich effigier jetzt Stahlos. Stahlos, so, nicht Stahlos. So, ich effigier jetzt Stahlos. 1.600. Und noch aufbauen. Mein Handy hat irgendwie gerade ein wichtiges Problem. Neustart. Mach's mal gut. Mach's mal bei der Bank hin, das ist gut. Ja, wenn du da Probleme hast, ich werde hier weiter suchen. Kannst du dich ja kurz hinpflanzen. Sehst du dich mit dem hin oder kommst du mit? Na dann komm nach. Mann, langsam muss immer shiny incoming sein. Hallo, es ist gleich ein 30 Minuten Part. Und ich will ihn langsam mal beenden. So, gerade bin ich echt sehr enttäuscht. Diese Enttäuschung gerade hier. Vor dem Park. Und gerade auch spawnen auch gar keine Voltile haben. Ja, ganz toll. Hier gehen wir mal nur ganz kurz rein. So, ob hier ein Voltilame ist. Na, endlich komm, sei jetzt bitte shiny. Come on. Was denn das? Ne, wirklich Leute. Ich beende den Park vorher nicht. Ehe das shiny da ist. Dann kann der Pärart sich in die Länge ziehen ein bisschen. Das kommt 13 Minuten, wir haben noch eine Stunde. Ne. Shiny is not incoming. Diesen Part irgendwie. So, wo können wir jetzt noch lang? Ach Gott, hier ist ja absolut gar nichts. Wir drehen hier wieder um. Hier ist ja absolut gar nichts. Gehen wir kurz hier durch so. Tragosso. Rico hat ordentlich Probleme mit seinem Internet. Tragosso. 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 Ja, das ist gut. Schaukel! Ja, beim letzten Mal in dem einen Part, wo wir von der Schaukel sprungen sind. Ist ja vielleicht so eine Doppelschaukel, wenn wir nochmal machen können. Zum Anfang des Parts so. Wieder von der Schaukel springen. Jetzt wäre mal wieder ein geiler Part anfangen. Eigentlich sind hier nur normale Schaukeln. Schade. Als ob mir hier noch ein Fokustopp fehlt. Ich bin doch hier schon durchgegangen. Na dir fehlen hier alle, du warst ja noch nicht, ne? Ich war nur mit Rico und seinem Bruder hier. Ammonitas. Das ist wesens interessant. Aber... Warum? Warum kein Shiny-Volti-Lam? Wenn es so weiter geht, erreicht das Video die 40 Minuten. Bevor das Video irgendwie in zwei Videos gespalten wird. Ja, beende ich lieber hier schon den Part. Heute war halt kein Shiny. Schade. Yep! Come came in! See ya, komm Tag! torか mitgegen! Zeit. Ich corpse auch das Ziel dell!